Mal gucken. Oh. Oh, das ist die Entwicklung von dem Satelliten. Das sieht irgendwie aus wie ein schwarzes Loch oder so. Negawort. Wiel dein Name. Okay, alles klar. Das war Flug Elektro beim letzten Mal, als ich es gesehen habe. Nicht sicher, ob es das immer noch ist. Shining Bright Shock. Das hört sich nicht so nett an. Plus Geschwindigkeit und Spezialangriff. Oh je. Oh, Valui hat gar nicht so viel Schaden davon getragen. Warte, ich habe ihm keinen Schaden. Es ist Unlicht. Oh nein. Mist, hätte ich mal meine Käfer-Attacke behalten. Okay. Es ist einfach Unlicht. Ja, greif ihn an. Das ist okay für mich. Vielleicht one-hittest du ihn nicht die ganze Zeit. Das wäre wirklich toll. Super effektiv. Sehr schön. Rimpos. Guck mal, das kann doch sicher auch was Hilfreiches. Ja, Tiefschlag. Dieser kann wenigstens angreifen. Zurückgeschreckt. Sehr gut. Das war doch mal fein. Ich mache ihm echt viel Schaden. Und nochmal zurückschrecken. Wow. Nee. Oh, er greift weiterhin den anderen an, der ihm keinen Schaden macht. Finde ich gut. Gute Einstellung. Vor allem, wenn er ein Unlicht-Vokémon ist, könnte er mich so leicht wegmachen mit einer Unlicht-Attacke. Aber anscheinend hat er sich entschieden, das nicht zu tun. Ah ja. Ich durfte es nicht fangen, fies. Oh, das Licht ist angegangen. Das Licht ist an. Heißt das... Es scheint, dass der Strom wieder da ist. Sieht so aus, als hätte das alte Pokémon hinter dem Stromausfall gesteckt. Was für ein Glück. Ich bin erschöpft. Lass uns verschwinden und zurück nach Rooktown gehen. Okay. Hört sich gut an. Gute Arbeit, Leute. Jetzt, da der Strom zurück ist, sollten sie in der Lage sein, die Liga wieder zu öffnen. Ja. Es fühlt sich fast an, als wären wir gar keine echten Trainer, bis wir nicht wenigstens einen Ligasieg haben. Nun, nach dem, was wir hier gemacht haben, werden sie uns sicher nicht so einfach besiegen können. Ja. Was das angeht. Ich muss sagen, ihr drei wart nicht gerade unnütz. Ich kann aber nicht zulassen, dass die Neuigkeiten von dem, was hier passiert sind, irgendwie zu Tage kommen. Wenn Leute rausfinden, dann würden die Aktien der Altair Corp und meine Ruf, das kann ich nur nicht zulassen. Deswegen, Wachen, betäubt sie. Mh... Was? Hey. Was tut ihr da? Lass uns los. So, wie ich mich erinnere, habt ihr drei meine Wachen mit euren Pokémon bedroht und, äh, euch den Weg hier, äh, durch meine Sicherheitsmaßnahmen frei, äh, erzwungen, um in eine Zone zu kommen, in die man nicht gehen darf. Mit, mit neuer Altair Corp-Technologie. Äh, ich, äh, könnte euch für viele Dinge bestrafen lassen. Du, Widerling, nach allem, was wir getan haben, um dir zu helfen, so funktioniert es im Business. Äh, ich würde nicht denken, dass ihr sowas verstehen könnt, wie auch immer. Ähm, ich lasse natürlich mit mir reden. Wenn ihr drei zustimmt, nicht über das zu reden, was hier wirklich passiert ist, dann muss ich eure Trainerkarten und Flux-Praiser nicht an mich nehmen. Aber wenn ihr nur ein Wort sagt, dann werde ich eure kleinen Träume zerstören. Ist das klar? Du kleiner Lügner. Ich, äh, werde nicht zulassen, dass du mir vorschreibst, was ich zu sagen habe. Es ist süß, dass du denkst, du hast eine Wahl. Wachen, nehmt seine Trainerkarte und seinen Fraser und, äh, die Poké-Bälle auch. Warte, das musst du nicht tun. Lass geil seine Pokémon haben. Wir werden still sein und nicht über das reden, was hier passiert ist. Was da? Das kann nicht dein Ernst sein, die Leute sind widerlich. Ja, und sie sind mächtiger als wir. Erinnere dich daran, Altair Corp hat nicht nur das Kraftwerk. Sie haben auch die Pokémon-Liga. Sie sind wirklich mächtig. Es wäre nicht gut, äh, es wäre wirklich gut, wenn sie uns einen Gefallen schulden würden. Hm, wenigstens einer von euch ist clever genug. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin darüber nicht glücklich. Aber so können wir wenigstens mit der Arena-Herausforderung weitermachen. Das ist richtig. Aber, äh, wenn ich irgendwas von euch dreien höre, dann, äh, werde ich... Okay. Hallo? Xander, was bedeutet das hier? Hey, Dad. Äh, ich habe gerade gehört, dass es einen Stromausfall gab in dem Kraftwerk hier. Wie ich mich daran erinnere, bist du, äh, für diesen Sektor verantwortlich. Und du musst mir Bescheid sagen, wenn irgendwas falsch läuft. Ähm, lege ich richtig daran, dass wir eine richtige Krise hatten und dass du mir nichts gesagt hast und es stattdessen vertuschen wolltest? Ähm, nun, weißt du, ähm, der Strom ist zurück, also ist alles okay. Ja, äh, ich sehe, dass der Strom wieder da ist. Wie auch immer, äh, ich habe Grund zu glauben, ähm, dass du nichts damit zu tun hattest. Hier, drei, ähm, seid ihr denn dafür verantwortlich, die alter Pokémon besiegt zu haben, die im Kraftwerk waren? Ja, ah, ich verstehe. Äh, es ist gut, wenn man stolz ist auf das, was man erreicht hat. Um die Wahrheit zu sagen, die Altair Corp hatte überall Überwachungskameras in dem Kraftwerk. Ähm, besonders im Generatorenraum. Ich habe gesehen, wie ihr dieses wilde alter Pokémon besiegt habt. Ihr, äh, wart wirklich nüssig vor dir, Altair Corp heute. Wächter, äh, Wachen, lasst sie bitte frei. Entschuldigt, äh, ich muss mich noch vorstellen. Ich bin ein Taris Altair, Chef der Altair Corporation. Ich glaube, ihr kennt schon meinen Sohn Xander. Heroisch, äh, wie er heute war, verdient ihr einen, einen Orden. Wie wär's damit? Oh, ein Heilmodul. Kann ich damit Pokémon heilen? Cool. Wie auch immer, ich bin sicher, dass ihr schon gehört habt, das, was hier heute passiert ist. Es wäre schlecht, wenn die Außenwelt davon erfahren würde. Deswegen, ähm, würde ich euch raten, nicht zu viel über die heutigen Events zu sprechen. Kann ich da auf euch zählen? Äh, ich verstehe, wir werden darüber nicht reden. Gut, äh, scheint so, als wär's so ganz clever. Die Altair Corp sucht immer nach jungen Talenten. Ihr drei habt heute einen guten Eindruck hinterlassen. Nun? Xander. Ich bin enttäuscht von dir. Wir müssen reden, aber nicht hier. Komm mit mir. Ja, Dad. Okay. Die Altair Corp ist, äh, sass. Aber nicht nur ein bisschen. Sehr. Tschüss. Wiedersehen. Das war schon was. Ich hätte nicht erwartet, dass ich heute den Chef der Altair Corp sehen würde. Und dass wir auch noch ganz neue, exklusive Technik bekommen. Trotzdem. Ich mag es nicht, wie er uns zum Schweigen gebracht hat. Was denkst du, Miri? Ich mag es auch nicht. Ja, ich auch nicht. Aber wir haben keine andere Wahl. Xander hat vielleicht, äh, ähm, Xander hat seine Drohung vielleicht nicht ernst gemeint, aber Antares Altair ist der Chef der, äh, ist der Kopf der mächtigsten Familien Altairer. Es wäre eine schlechte Idee, ihn wütend zu machen. Hm. Tut mir leid, aber der Widerling Xander macht mich so wütend. Das ist nicht okay, ähm, ähm, dass man sich so gegenüber anderen Leuten verhält, nur weil man mehr Geld hat. Ist okay. Ich hab mich schon beruhigt. Wir sollten zurück nach Luke Town gehen. Jetzt, da die, äh, der Strom zurück ist, sollten sie die Liga Arena wieder für Herausforderer geöffnet haben. Das ist richtig. Miri, kommst du zurück mit uns, oder möchtest du hier erstmal bleiben? Wir müssen nach Items suchen. Wir sehen uns dann da. Okay. Gibt es hier ein verstecktes Item? Fies. Ich hatte erwartet, dass sie hier auf dem Platz irgendwo was legen. Oh, guck nur. Nein. Du. Warum stellst du dich mir in den Weg? Ja, siegen. So, jetzt aber. Hi. Dich möchte ich gerne fangen. Oh. Das ist sehr fein. Ich hab Flottbälle dabei. Wir probieren mal Flottbälle aus, weil Flottbälle sind sehr fein. Flottbälle sind die besten Bälle. Falls ihr es wissen wolltet. Aber das wusstet ihr bestimmt. Weil jeder weiß, dass Flottbälle die besten Bälle sind. Ja, wir kommen langsam ans Ende von Kapitel 1. Die Pokémon leveln nämlich nur bis Level 30 und dann nicht mehr weiter. So, ich kann nicht mehr reden. Fies. Das heißt, wir werden auch nicht die letzte Entwicklung vom Starter sehen können. Das ist sehr traurig. Aber irgendwie mussten sie es ja begrenzen, dass man hier nicht unendlich alles nachgucken kann. Auch ein Item für mich? Da. Ah. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Und gucken, was uns da so erwartet. Bei der Liga-Herausforderung. Ah. Die Leute sind zurück. Hallo. Ja. Die Kinder sind direkt an ihren Computern wieder. Gibt es hier ein verstecktes Item? Sieht schlecht aus für verstecktes Item. Aber ich hätte da ein Item versteckt. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder überall rein. Ah. Die Häuser waren ja alle zu. Hallo. Aha. Koko. Gogo-Milk. Cool. Gogo-Milk. Hört sich gut an. Was gibt es hier? Kann ich die hier kaufen? Okay. Das ist bestimmt ein guter Deal. Hm. Das war bestimmt ein guter Deal. Ich unterstütze gern lokale Betriebe. So. Wo kann ich noch hin? Ja. Die Häuser waren ja alle verschlossen. Beim Stromausfall. Cool. Oh. Cool. Man kann damit höhere Crit-Chance bekommen. Das hört sich ja nett an. Oh. Ich bekomme viele Dinge geschenkt hier. Dankeschön. Sehr nett von euch. Sehr nette Menschen. Tschüss. Tschüss. Kind. Aus dem Weg, Kind. Äh. Da waren doch noch mehr Häuser. Hier geht es weiter. Ach, das ist die Liga. Ups. Da wollte ich gar nicht hin. Wer bist du? Puh. Ich habe dich gerade noch eingeholt. Äh. Ihr Leute seid immer so in Eile. Ähm. Wie auch immer. Ich bin so schnell wie möglich nach Rooktown. Als ich gehört habe, dass du die Liga herausforderst. Ich bin wirklich erstaunt zu sehen, wie weit ihr drei es schon seit dem Tag geschafft habt, an dem ihr eure Starter-Pokémon bekommen habt. Oh, ich habe noch was für euch. Ah, Mondstein. Okay. Was kann ich damit entwickeln? Oh. Warte. Kann ich... Okay. Kann ich damit meinen anderen Starter entwickeln? Entwickelt sich das nicht mit Level Up? Hi. Oh, Vitamine. Hi. Oh, was? Ach, wie cool. Man kann einfach die Pokébälle ändern, in denen die Pokémon sind. Das ist zwar einerseits total unnötig und andererseits auch voll cool. Das hat mir schon mein Leben lang in Pokémon gefehlt. Das ist ja wild. Alles so teuer. Traurige Geschichte. Oh. Kommt hier an dem Schild vorbei. Ja. Ja. Aha. Ich möchte das mit dem Mondstein gleich mal ausprobieren. Hi. Oh. Ein paar cool Attacken. Aber ich musste Milch kaufen, deswegen habe ich jetzt kein Geld mehr. Traurige Geschichte. Das ist auch ein Haus. Ich wusste, es gab noch irgendwo was. Die anderen Leute waren alles so nett. Schenk mir Dinge. Hallo. Ist Nula die Arena-Leiterin? Oder was auch immer das hier ist. Ich glaube schon. Ähm. Gut. Wo geht es hier hin? Oh. Hier ist bestimmt ein Roadblock. Ja. Hier kommt man ziemlich sicher nicht weiter. Ah. Viele Pokémon leben in der Wüste. Gut für die Pokémon. Na dann möchte ich doch das mit dem Mondstein ausprobieren. Wenn ich den PC bedienen könnte. Wo ist es denn? Aber es wäre wild, wenn sich das mit dem Mondstein entwickelt. Wahrscheinlich erst die dritte Entwicklung. Das hat bestimmt eine zweite und eine dritte Entwicklung. Sonst wäre es ja kein Starter. Oder doch? Hm. Ah doch. Tatsächlich. Wild. Dann entwickeln wir es doch mal. Oh. Das sah doch früher nicht so cool aus. Ist das eine andere Entwicklung? Ich weiß es gar nicht. Lass mich mal nachgucken. Das interessiert mich jetzt. Hm. Ich kenne das Pokémon ja noch aus Uranium. Ich kann mich gar nicht an seine Entwicklung erinnern. Toll. Ich finde das hier in dem Pokédex-Eintrag auch nicht. Das ist ja unübersichtlich. Ich meine, die sah anders aus, aber... Ah, hier. Ah, okay. Sie haben den... Der Sprite sieht anders aus. Okay, deswegen habe ich es nicht erkannt. Der sieht viel cooler aus, wenn das so dasteht. Okay. Sieht viel epischer aus. Boot und Kampf. Ah, es ist ein... Äh, großer Feind ist, äh... Der, äh, der... Die Fledermaus. Okay. Das ist ja schön. Ähm. Es trifft mit der Macht des Mondes. Es kann einfach noch Tackle. Das tut mir fast ein bisschen leid für das arme Pokémon. Nun. Ja, schön. Ich wollte den ja sowieso wieder ins Team nehmen. Ich weiß gar nicht, warum Nidorime so lange drin war. Ähm. Was sitzt ihr hier alle rum? Naja. Aber der Strom ist wieder da, ne? Ach so. Die Kinder wollen nicht wieder zurückgehen. Okay. Alles klar. Das ist verständlich. So. Dann heilen wir mal Pokémon. Genau. Hier. Da ist mein Pokémon. Heile es bitte. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was uns in der Liga Herausforderung da erwartet. Mal schauen. Mal schauen, ob ich stark genug dafür bin. Wo muss ich hin? Da ist der Salon. Ach, da war ich auch noch gar nicht drin, ne? Vielleicht sollten wir da mal gucken. Vielleicht gibt es noch was Krasses. Okay. Ganz tolle Dinge. Er trinkt nur Milch. Sehr gut. Oh. Oh. Nun. Die Darp-Pfeile sind dann ein bisschen daneben. Ich denke, das fällt keinem auf. Wir können einfach sagen, es ist sehr schicke Deko. Na gut. Hi. Hi. Wenn das nicht Miri ist. Schön, dass du hier vorbeigekommen bist. Hier. Kriegst du einen aufs Haus. Ach, Milch. Dankeschön. Okay. Du. Ja, ja. Bestimmt. Sie ist bestimmt nur jemand, der hier den Salon betreibt. Ich glaube es auch. Sie wrestelt mit Arboks. Aus Spaß. Okay. Da sehe ich sie. Oh. Aha. Gut. Alles klar. Ich würde aber sagen, Leute. Bevor wir da zur Liga-Herausforderung gehen. Was ist das mit der heutigen Folge? Morgen geht es dann in aller Frische weiter. Und wir gucken, was passiert. Ähm. Und dann mal schauen. Dann dürfte ja langsam Kapitel 1 von Pokémon Flux, Flux, was auch immer, vorbei sein. Traurig. Macht sehr viel Spaß. Nun. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Macht es gut. Und Mirio. Und Dann. Das ist das. Und dann durch���zie Oxford. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank.